So, die Bar hat offen. Hallöle. Da schau ich mal rein. Oh, hier haben wir Gas. Hier haben wir den Barmann. Hallöchen. Der R ist ... ... ... ... ... ... ... ... Jan Ok, … ... ... Zamblett ... Ah, der Hausmeister. Es gibt auch Hausmeister im Unternehmen, okay. Das heißt, es gibt auch Leute, die nach dem Tod einen Hausmeister geben müssen. Interessant, wenn die Namen Tod auch, die nicht den Bürojob kriegen, sondern die, ja, ein bisschen, die nach dem Hausmeister machen müssen. Ein bisschen geredet mit ihm. Okay, dann geht's zum Fahrstuhl zum Grimm Day. Wartermaster-Motor-Must-Plunder estimation. Meet your fate. Go Patrol Employers of the Month Reaper 616. Okay. Hallo, Barncuber. Was gibt's Neues in der Welt? Kann ich was bestellen? Lass uns nicht lange um den ersten drei Räumen reden. Ich habe eine schwere Woche hinter mir. Das ist halt eine sechs Tage Woche hinter mir. Ich habe viele Menschen sterben lassen. Das ist die Zeit. Ich probiere jetzt mal einen Trink. Das ist... Lass mich nicht lange um den ersten drei Räumen reden. Was zu trinken? Oh Mann. Ein Stückchen Eick, bitte. Das ist das eine kleine Spiel. Ich habe das kleine Spiel. Ich spiele mit jedem neuen Patron. Es ist echt einfach. Alles, was du tun hast, ist, ist eine Reihe von Fragen und Fragen. Und ich schreibe eine gewisse Frage, und ich schreibe eine Personalität, inspiriert von dem du gesagt hast. Es ist eine Quizze. Genau. Das ist das. Ich beschreibe eine Art von Analyse. Ich schreibe eine gewisse Situation, und du schreibe, wie du reagierst. Ich schreibe eine gewisse Frage, und du schreibe. Ich mache immer vier Fragen und... Ich mache das wie ein anderes. Also, ich mache das. Hier geht's. Dann versagt. Das ist mein Quiz oder was? Ich wollte einen Trink. Was macht ihr hier? Das ist aber... Ja, ähm. Topping für Pizza. Da steht Ananas. Ach du Scheiße. Weg damit. Was ist das Topf auf der Pizza? Nicht Peine. Weg damit. Ananas auf der Pizza ist ein Verbrechen wie Menschlichkeit. Sollte mit Knast bestraft werden. Pineapple, Ananas auf die Pizza. Besperrt sein. Wieso Unmenschen? Unigenscheißes Pineapple, Stop Lying to Yourself. Papaboni, die Boring Option. Papaboni finde ich gar nicht schlecht. Hier bin ich auch nicht schlecht. Aber Papaboni habe ich gerne auf die Pizza. Das ist auch. Ananas auf die Pizza. Was Süßes auf der Herthaft. Mit der Hand ausgeholt. Was kommt hier? Was ist die Pizza? Kaktus. Kaktus. Kaktus ist ein Mischung. Pils. Ich finde es sehr gut. Pizza. Next up question 3. Almost there. You wake up after an accident, but has left to on a coma for decades. Your body and mind are ravaged beyond repair. Die Doktors offeren eine Lösung, ein cybernetisches Gehirn-Transplant mit einer Persönlichkeit Ihrer Gelegenheit. Mhm, okay. Möw, Dabot. Cybernetische Gehirn. Ja, mach mal so. All anyone ever needs, right? After years of working a stable, albeit a monotonous honest desk job, you are let go due to a corporate downsizing. This, however, has given you a chance to reinvent yourself. What will you become? Mathematical. Exclusion, having a human soul. Hahahaha. Arbeiten ist dumm und lame und pointless. Genau das. Misery Cats. Okay, wir haben eine Augenschaft freigeschalten. Gerade die Frage, wo wir es gefüllt und erzählen. Das war eine ziemlich... Eine ziemlich miese Katze. Ein bisschen... Grumpy Cat. Hm, hör damit. Hast du jetzt das Ding erstellt für mich? ... Nach dem Quiz erstellt. Okay. Der Drink. Auflöse. Auflöse. With the taste of an oceanic planet. In the tools of a sub-quastal collapse. Sharp and selfless. A suit on a sense. A grave heat in the cave. Okay. Klingt toll. Das hat mir geschmeckt. Das ist ein Teppchen. Ich vermiss nicht für das. Ein Teppchen. Ja, was ist der Poison? Usual. Gin. Gin. Untertags on the beach. Bloody Gary. Gary. Corpse with a river. I have to have after I do need this ice. Coffee. Milk, please. Nothing, thanks. Das übliche. Unser sauergraus, unser Trink. Das ist unser... Ach, zudem... Wir trinken da rein für uns. Mit dem wollen wir uns nicht mehr rausbeißen, wir müssen uns nicht anfreunden. Wir trinken da rein für uns. Was heißt von dem Janitor? Ja, ich habe zwei Trinkes. Wird Zeit zu gehen. Danke für die Beinigung. Sehr schön. Ich habe Geld verloren. Genau. Ich habe genug Geld hier. Zigarren. 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 Ein Spielzeug. Okay. Wollen wir unser Geld hier für ausgeben? Unholy Smokes, Clothing, Raucherkampen oder was? Ich bin... Ich bin... Ich kaufe das hier mal. Spielzeug oder so. Ich habe wieder all unser Geld ausgegeben. Es ist ein leistungsvermösel. Ich kann es nicht so erinnern, dass es für nichts nutzt. Aber es macht sicher leistungsvermösel, wenn er es schlägt. Gut. Na dann. Einen Grim Officer, ist für die Arbeit oder was? Darf ich demnächst Neues gekauft? Die lasse ich mal an. End the day. Chef ist mit dem Teufel beschäftigt. In der Bibliothek können wir in die anderen Räume auch mal rein. Ah, ist unser Spielzeug hier oder was? Auch cool. Auf unseren Schreibtisch haben wir das Spielzeugchen. Ist ja lustig. Local Man Commits Suicide After Losing Family Savings in Market Crash. Ah, die Krise. Der schwarze Tag gestern war ein bisschen öff. Ok, die Regeln für heute. Es scheint ein besserer Tag zu sein. Nur 2 Leute haben zu sterben. Spare humans with him. Help against the Traumers. Ok, Krisenbewältigungsleute und Leute, die die Krise bewältigen können. Wie sollen wir aufheben? Uns 2 müssen sterben. Ja, wie eine Art Aua. Ein Deutsch Caregiver. Caregiver. Achso. Ein Deutsch Caregiver. Er ist ein Krankenpfleger für ältere Leute. Ältere Pfleger. Pfleger für ältere Leute. Ich habe das nicht verstanden. 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 Ok. Ja, genau. Ok. Rosa Lindt Potter. Verwandte von Harry Potter, 65, Gärtnerin, damit schon Alejandro Dominguez mit drei Diplomaten, Jan wirkt, er ist immer normal so von 20 Jahren, so oha. Trinken ist hier ein bisschen so ein bisschen das Ding, wenn ich das richtig verstanden habe. Scam Artist, Fanzos Fukushima, aha, interessante Nachname, 26, 66 Jahre alt, Scam Artist, Liar and Gifter, Ex-Politician, Fighting Books of Ignorant-Nonsense, Butterfly Effect of Misery, Global Square with No Point Profit of Drug Dealer, und J Rosen, haben wir sowas, da haben wir doch vorhin gesagt, wir haben hier noch keinen Kriminellen auf dem Tisch, Smart Time Kriminell, Party Drohung verdecken und so, wenn ich das richtig lese, 23, ja, das Kriminellen würde ich jetzt nicht abstempeln, Ah, gut, der hat auf jeden Fall keine weiße Wester, Nuko Assistant, Mhmm, Middle Aged Assistant, Habe ich mir jetzt ein Bild gemacht, und Ok, Spare Jumans 27, Help against the trouble, Ok, Wen nehmen wir dann hier, Thomas Gartner, ich bin die Altenpflegerin, die könnte durch die Krise helfen, die Krise ist genau am Leben lassen, zwei müssen sterben, ich bin doch hier für den Scam Artist sehr schön da für uns, Herr Gartner, zwei müssen sterben, die Entscheidung fällt mir ein bisschen schwieriger, ein bisschen weniger schwieriger, das ist ein bisschen... Und dann würde ich sagen, ja, was machen wir mit dir, Dractina, Augenringe malen, hat nicht ganz geklappt und was auch immer, und die lassen wir dann wohl am Leben, würde ich mal sagen, den Spidey draufmalen, Gartner, und ich lasse dich am Leben, ich habe gestern so viele getötet, dann das heute mal, heute am Leben, schön, dass wir so malen können, so, let's go, ich hoffe, wir haben es richtig gemacht, oh, da wurde in einem Umzieher, das ist immer... Okay... 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 Er... Ja, wir sind jetzt der Böse, okay... Ja, wir sind jetzt der Böse, aha, ok... Ich schaffe nur meinen Job, das ist ein bisschen hart, ist jetzt Böse abzustempeln... Oh, wahrscheinlich unsere eigenen Gedanken vor dem Spiegel. Ah, sieben Tage Woche Ende der Woche. Und Ende der Artist Woche. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben die Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen nach moralischen Regeln gefolgt. Und das ist übermacht. Mhm. Mhm. Mach's gut. Ich glaube, es ist Zeit, um zu beginnen. Ich glaube, es ist Zeit, um zu beginnen. Äh, nö, wenig Fragen. Die Stats, okay. Und ich würde sagen, dein Gelegenheit über die sieben Tage hat sehr gut gemacht. Ich bin, ehrlich gesagt, überraschend und überraschend von deinem Display der Loyalität. Und wir haben nicht mehr, oder wir haben, wir haben immer, dass die Regeln befolgt haben, haben das gemacht, wir hätten auch, das ist die Möglichkeit, wir können auch ein bisschen ärgern mit dem Chef, aber wir können auch mehr töten und weniger töten. Und es ist, kann man sagen, wir töten gar keinen. Und zwar, das wäre auch möglich gewesen. Ich habe die Regeln befolgt. So viel, Sir, dass die Office, das Ding, unser Fleisch, das Make a Train. Mhm. More money? Okay. We do what we can to provide for our spawns. Viel Geld. Geldserhöhung. Juhu. Speaking all. Meine Arbeit ist gut gemacht. Ich gebe Geldserhöhung. Juhu. Mit einer Woche. Mit einer Woche. Mit einer Woche. Wow. Ein Award kriege. Gute Arbeit geleistet. Ich kriege ein Award für meine Arbeit. Ich bin Mitarbeiter des Monats hier. Oder ist hier? Gute Arbeit gemacht. Regeln befolgen kann ich ja scheinbar. Gute Arbeit ist gut gemacht. Ach du Scheiße. Ähm. Es ist lustig. Angst, es muss etwas ausgewählt werden. Es ist lustig. Angst, es ist fein, es ist bei dem Eis Infege. Aber es muss etwas ausgewählt werden, dampfnahme. Was ist denn da? Es muss etwas ausgewählt werden. Es ist lustig, es muss ein quáinteres Ergebnis sein. Wichtig ist, ihr in die M Dudlaz zu befolgen. Sieben Tage Woche Arbeit und Gehaltserhöhung. Juhu. Die Bar hat offen. Wir schauen erstmal was der Barkeeper hat. Eine Lampe für den Tisch. Können wir es nicht leisten. Können wir es auch nicht leisten. Dann fassen wir mal das Geld hier in der Bar. Und eine Pflanze. Was denkst du? Ein schönes, relaxendes Drink? Nach dem Leben. Aha, okay. Es gibt also auch ein Pflanzenapartement für Pflanzen. Das möchte ich haben. Okay. Okay. Eine Pflanze. Eine tote Pflanze. Eine Pflanze. Quetschen die Pflanze aus. Eine Pflanze. Eine Pflanze. Mit ganzem Vertrauen. Du wirst uns nicht alleine lassen. Insofern? Ja. Es ist eine. Es ist eine bei mir im Zimmer. Eine Zimmerpflanze. Um ehrlich zu sein. Ist auch schon am sterben. Aber. Ich bemühe mich. Halbwegs. Ah ja. Ich habe keinen Grund warum das ist. Tut mir leid. Du wirst mich beschäftigen. Aha. Was denkst du? Es ist ein Pflanze für das Pflanzeleben. Haha. Ja. Mit Zimmerpflanzen mal wieder umgebracht. Es gibt viele Pflanzen. Viele. Mehr als Menschen. Pflanzen überall. Kann ich mir vorstellen. Wir sind wirklich leid. Wir sind wirklich leid. Die Leute zu fragen. Es geht um das Pflanze. Das ist weshalb wir die Pflanze besitzen. Es ist weshalb wir die Pflanze besitzen. Es erhöht die Chance. Es erhöht die Chance. Die fahrungsvolle Beziehungen. Mit wunderschönen Fragen. Wer hat dir die Idee gegeben. Das Pflanze ist etwas interessanter. Das hat mir vielleicht nicht gesagt. Ich schoppe hier gerade eine Flasche auf. Um ein Stück zu trinken. Ein Stück Wasser. Für die Pflanzen. Du kannst es nie machen lassen. Helbert, die Topf Pflanze. Sehr schön. Schön, dich kennenzulernen. Oh Gott. Hahaha. Nope. How about. Good for you to have a brain. Not as lucky when it comes to the green one holding me up. My friend Tim's a bit slow on the uptake. Say hello Tim. Hello Tim. He he he. Tim's my partner. All root, stem and leaf. Sometimes they bloom and have a delightful aroma. And the bees from the bee department find us very attractive. Ein bee department? Sag doch. Es gibt doch. Es gibt doch. Pflegeappartement. Ein messender Apartment. Wahrscheinlich das Pflanzenapartment. Ah. Wir müssen doch nicht sagen. Bee Department. Ey. Wissen wir. Obwohl. Habe ich nicht von dir. Nein. Nein. Es ist das. Das nehme ich mit ins Grab. Das will ich verraten. Das will ich verraten. Okay. Eine nette Pflanze. Net net. So, ein Drink, und wo ist das übliche, mein Drink, na gut, ähm, dann, ein Kaffee. Mit Bass und Herbert und Tim, oh, trinken wir mal gemeinsam. Oh, ich brauche einen Kaffee mit Honest, okay. Okay. Was meinst du über die Pflanze? Oh, und das ist Zeit für mich zu gehen. So, schön, war wieder toll, bisschen Geld verloren, ach, ihr wollt noch runter gucken, ganz kurz mal runter. Achso, da waren wir schon, kommen wir uns nicht in den Hesten, so, auf geht's, gute Nacht, Endlay. Yes. Da mich noch umsonst nicht gefallen haben, lasst ein Abo da mal neuer Seite, bis dann und tschau. Okay. 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 Das k sintelschen weh. Okay. Es gibt ja gibt ja.